Wo sind die Geschichten der Frauen, der Lesben, der Transmenschen? Wo sind die Flinterpersonen? Wie haben die Schwulen und Lesben in der Aids-Bewegung zusammengearbeitet? Wo sind die Geschichten der Schwarzen und der Latinx-Community? Gab es eine Organisation von SexarbeiterInnen? Wo sind die Geschichten der Schwarzen, TranssexarbeiterInnen? Wo sind die Geschichten der Aids-Erkrankten im globalen Süden? Wo wird ihre Beteiligung in der Aids-Krise sichtbar? Wer hat gepflegt und sich gekümmert? An wem wird sich nicht erinnert? Wer hatte keine Zeit, sich zu organisieren? Wer hatte keine Zeit, ihre eigene Geschichte aufzuschreiben? Wem fehlten die Connection, um im Museum zu landen? Wer ist alleine gestorben? Wer hat von der Krise profitiert? Was können wir von der Aids-Krise lernen für heutige Kämpfe? Was waren die Vorbilder für Aktionsformen? Gab es einen Einfluss der Black-Power-Bewegung? Oder von ArbeiterInnen-Kämpfen? Oder feministischen Kämpfen? Wie hängen Aids-Aktivismus und Hospizbewegung zusammen? Wo sind die Echos der vergangenen Kämpfe? Es gibt viel Material und Wissen über West-Berlin. Aber wie sah es eigentlich außerhalb der West-Berliner Blase aus? Was war die Situation mit Aids in der DDR und in ländlichen Gebieten? Wie war der Zugang zu Krankenversorgung in der Aids-Krise? Was waren Meisteine in der Medikamentenforschung? Wie wurden Betroffene mit einbezogen? Wie ist der Zugang zu Krankenversorgung heute für queere Menschen? Was hält das Schwule Museum von Sexualkundeunterricht heute?